Die Geissens sind für ihr Vermögen und ihren Luxus bekannt. Die Töchter von Carmen und Robert Geiss genießen nicht nur den Wohlstand ihrer Eltern, sondern verdienen auch ihr eigenes Geld. Luxus spielt im Leben von Davina und Schneier Geiss schon immer eine Rolle. Denn sie sind die Töchter vom Multimillionärpaar Robert und Carmen Geiss. Doch wer nun denkt, Mama und Papa bezahlen das luxuriöse Leben der Geschwister, irrt. Punkten wie Davina und Schneier im Interview mit RTL ausplaudern, erhalten sie Geschenken nur zu Weihnachten und an Geburtstagen. Inzwischen verdienen die beiden Geissens Töchter ihr Geld also selbst. So sprechen Schneier und Davina in einer Folge von Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie auch offen über das Thema Geld. Mittlerweile verdienen wir unser Geld mit Fernsehen, Instagram, Schneier, mit Kunst und damit können wir uns auch selber Sachen kaufen. Das kommt nicht von Papa, das ist nicht Papas Geld. Ihr Papa hat ihnen aber beigebracht, wie man mit Geld umgeht, wie man Dinge als Wertanlage nutzt und wie man etwas anlegt. Davina und Schneier Geiss verdienen ihr eigenes Geld, und wie finanzieren Davina und Schneier ihr Leben in Monaco? Die beiden Schwestern haben ihre eigene Fernsehshow. Punkt. Nachdem sie schon als Kinder bei Die Geissens, eine schrecklich glamouröse Familie zu sehen waren, läuft nun ihr eigener Ableger namens Davina und Schneier, wie Love Monaco auf RTL 2. Punkt. Seit 2022 kassieren die beiden also Gagen für TV-Drehs. Wie hoch diese sind, ist allerdings offiziell nicht bekannt. Auch das Social-Media-Geschäft läuft gut. Davina hat mehr als 500.000 Follower auf Instagram, Schneier folgen sogar mehr als 680. 000 Menschen. Zahlen, mit denen sich Geld verdienen lässt. Denn wer auf Instagram eine große Reichweite hat, kann mit Unternehmen kooperieren, Produkte in Storys vorstellen, Marken in Posts erwähnen und so mehrere tausend Euro im Monat verdienen. Schmuck und Mode. Davina und Schneier haben ihr eigenes Unternehmen. Auch eigene Produkte bewerben die Geissens Schwestern auf ihren Social-Media-Kanälen, denn beide sind als Unternehmerinnen tätig, haben schon Kollektionen herausgebracht, die die Fans nachkaufen können. Punkt. 2018 hat Schneier erstmals eine Schmucklinie lanciert. 2021 folgte Davina mit ihrer Modekollektion. Punkt. Unter dem Namen Geiss DG brachte sie Jogginghosen und Hoodies heraus, die zwischen 60 und 110 Euro kosteten. Einen Rechtsstreit mit Dolce und Gabbana wegen einer möglichen Verwechslungsgefahr der Marken konnte Davina gewinnen.